ja hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem youtube kanal freut mich dass ihr wieder fleißig zu seht und euch an meinem leiden ergötzt und ja wir sind hier wieder in outlast und ja wir waren kurz in der freiheit jetzt geht es wieder durch höchstwahrscheinlich in das obere stockwerk und ja ich weiß nicht was mich erwartet denn ich spiele blind so hierüber war ich wünschte ihr würdet meinen puls irgendwie mitbekommen der schlägt ziemlich hoch teilweise wenn im spiel so durch ja da war einer mit dem stock ja hauptsache ihr habt spaß wenn ihr mich sieht ja ich habe beschlossen dass ich immer ein horrorspiel aktiv halte das heißt nach dem kommt einfach das nächste so da geht es nicht hallo will nicht wissen was da drinnen ist so ich brauche batterien ich habe nur mehr zwei stück ja scheiße wenn die weg sind sich gar nichts mehr das heißt sparen so hallo ich brauche ein paar batterien hallo hier liegt sicher irgendwo eine herinnen nein nein ich wusste es und wieder sparen ah scheiße oh die musik die wird aufregend meine pumpe rennt hallo ok die stufen gehen nach links ich höre da irgendwo wen ok hallo ein rollstuhl die sie mir rollen die hat in der der rollstuhl hat sogar spinners so hier liegt batterie na bück dich jetzt aber ja ich muss euch sagen ich habe wieder ein paar neuigkeiten und zwar ich habe instagram dachte mir ich kann euch etwas an meinem leben teilhaben oh vielleicht geht sich das aus nein instagram habe ich bin auf facebook zu finden und ja ich glaube das war es schon auch auf google plus natürlich ich höre schritt und das sind nicht meine ich höre schritte und das sind nicht meine oh der onanierte in die ecke hallo ah der hat nicht onaniert scheiße ja da soll man mal wissen dass der einen absticht absticht so die batterie von drinnen wieder auf ein neues warum auch nicht mir gefällt das spiel ziemlich gut und sarkasmus off um um Boah, Mann. Hier war ich ja eben noch nicht. Okay, hier geht es auch nicht weiter. Ah, hier. Hier sind auch Stufen. Einmal nach oben mit einem Herzinfarkt. Okay, einmal nicht nach oben. Ich renne jetzt durch wie ein Mädchen. Bitte lassen. Okay. Da war ich ja eben schon. Da schauen wir mal dorthin, wo ich noch nicht war. Eine Toilette. Hier sind sicher irgendwo Batterien. Nein. Nein. Okay, hallo. Okay, hier geht es auch nicht weiter. Reload. Ja, wenn ihr brav seid, poste ich mal ein Tattoo von mir auf Instagram. Wenn ihr das wollt. Vor allem, ihr könnt ja gerne mal sagen, wie es euch geht. Wir können ja interagieren. Ich freue mich sehr über Kommentare. Oh. Ja, hier waren wir schon mal. Ja, hier ging es ja nicht drauf. Hier ist zu. Na ja, eigentlich sollten wir nach oben, aber irgendwie, ja. Lässt das Spiel das nicht zu? Hallo? Hallo? Ah, zudem gehe ich diesmal nicht hin. Arschloch. Ah, ich glaube, ich stehe an. Ich weiß nicht, wohin. Nach draußen geht es wahrscheinlich auch nicht. Nee. Lift. Ah, ich sehe gerade, der ist stecken geblieben. Oh, das war ich. Ja, ich kann es nur probieren, nochmal. Nein. Einmal probiere ich es noch. Mit Anlauf. So. Jawoll. Geht ja. Anlauf statt Gleit gehen. Hallo? Hallo? Achtung, ich habe eine Kamera. Ah, links oder rechts? Okay, nach oben geht nicht. Oh, 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 oh. Ich glaube, hier geht auch nicht. Nee. Ja, zum Glück wird mir die Entscheidung abgenommen. Ah, der Pfaffe. Ah, der Pfaffe. Ja, der Pfaffe. Ja, so ein Penner. Entschuldige. Ich finde mal, würde ich das rausschneiden. Bitte, lass ich mal das kleine räuspern. Oh. Wow. Reload. Okay, hier ist irgendwas. Oh, jetzt sehe ich es gerade. Das ist ein Polizist. Okay, ich muss Sicherungen finden, dass ich den Schlüssel bekomme. Na toll. Drei Stück. Batterie groß. Einmal suchen. Herzinfarkt inklusiv. Ja, ich versuche jetzt etwas mehr zu reden. Also für normal nimmt mich das Spiel ziemlich mit. Da ist ziemlich viele... Ja, durch das Surround-Headset sind das ziemlich viele Einflüsse. Batterie. Batterie. So. Spontan nach rechts gegangen. Ich muss wirklich springen. Okay. Zu. Okay. Ah. Pray for Revelation. Jawohl. Schalalam. Schalalam. So. Oh. 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 Lauf, Forrest! Kommt er jetzt oder kommt er nicht? Ah, gehen wir lieber weiter. Die eine Sicherung habe ich ja. Batterien, Musik, dass mir gleich irgendwer ins Kreuz fällt. Ich wusste es! Oh, hier war ich noch nicht. Ich bin gerade einen ziemlichen Stuss zusammengelaufen. So, erstmal umsehen. Eine Sicherung. Oh, Drive in the Nails. Tauchen die Nägeln. Gerne. So. Nee. Wo ist der Haken hier? Oh, 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 oh. Kenzerhaut. Oh! Nein! Ah, fuck. Ah, spontan, spontan, spontan. Ich könnte natürlich auch hinter mir die Türe zu machen. Aber ich glaube nicht, dass das so viel hilft. Ich muss doch nichts raus machen. Ah, in weit. Ne, ich in wette niemanden. So, hier bin ich sicher. Und kann mich umsehen. Batterie zum Beispiel. Na toll, ich habe mich eingesperrt. Ja, kommt der rein oder kommt der nicht rein? Drei Sicherungen habe ich, das heißt den Schlüssel, den habe ich so gut wie in der Tasche. Nee. Rum. Ich traue der ganzen Sache jetzt nicht. Oh, ich wusste es. Oh, ich wusste es. Wow, meine Fresse, das Spiel hetzt dich von A nach B. Ja, super, er macht sicher wieder meine Türe auf. Na, wo ist er? Ja, wie gesagt, auf diversen Seiten zu finden, packe ich, glaube ich, einfach mal in die Videobeschreibung die ganzen Links. Oh, raus oder nicht? Ja. Ja. Okay. Okay. Gut, gut. Okay. Okay. Gut. Okay. Meine Fresse. Ich brauche aber den Schlüssel. Ich brauche den Schlüssel. Ich brauche den Schlüssel, ich brauche den Schlüssel, ich brauche den Schlüssel. Ich brauche den Schlüssel.